Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Kaderplanung von Hannover 96. Hannover hatte ja mit dem Duo Markus Mann und Stefan Leitl vor der Saison viel vor. Man wollte innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre zurück in die Bundesliga. Die Hinrunde ist ja so gut verlaufen, dass man schon zur Winterpause durchaus ein bisschen die Hoffnung hatte, vielleicht sogar in der Rückrunde nochmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Doch das hat ja bis hin gar nicht funktioniert. In den ersten acht Rückrundenpartien gab es satte fünf Pleiten plus drei Unentschieden. Hannover wartet vor dem 26. Spieltag immer noch auf den ersten Sieg im Kalenderjahr 2023. Trotzdem planen wir hier und heute mal den Kader für die nächste Saison in der zweiten Liga. Man ist aktuell Tabellen 10. Der Abstiegskampf ist ja gar nicht mal so weit weg. Bedingt aber auch dadurch, dass ich eben nicht weiß, wie Hannover jetzt gegen Sandhausen gespielt hat, weil ich eben das Video davor aufgenommen habe, planen wir den Kader mit Stefan Leitl für die nächste Saison in der zweiten Liga, um eben auch dann wieder einen Schritt nach vorne zu machen Richtung Aufstiegsrennen. Denn dass dieser Kader deutlich mehr kann, haben wir ja schon in der Hinrunde gesehen. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein in meine Kaderplanung für Hannover 96. Legen wir los mit dem Blick auf die Torhüter. Wir schauen uns wie immer jede einzelne Position an, die aktuelle Besetzung, mögliche Abgänge und was sich dann im Hinblick auf Neuzugänge verändern wird. Im Tor haben wir ja den Kapitän Ron-Robert Zieler, die Nummer zwei Leo Weinkauf und Toni Stahl als Nummer drei. Und das ist sicherlich eine Position, wo man rein von der Qualität und auch von der Quantität die geringsten Probleme hat. Zieler hat sich, wie ich finde, die letzten anderthalb Jahre nochmal echt gesteigert, ist ein Top-Zweitliga-Keeper und auch wenn sein Vertrag endet, gibt es ja die hohe Wahrscheinlichkeit, dass er auch in der kommenden Saison das Tor hüten wird. Leo Weinkauf hat erst seinen Vertrag bis 2026 verlängert, ist eine gute Nummer zwei und Toni Stahl kam ja erst im letzten Sommer aus Cottbus. Ich denke mal, der wird auch die Nummer drei bleiben. Somit wird es hier, können wir kurz und knapp machen, keine Abgänge geben und damit aber auch höchstwahrscheinlich keine Neuzugänge, weil es nicht nötig ist, hier irgendetwas dran zu verändern. Veränderungen könnte es aber bei den Außenverteidigern geben. Hier haben wir ja Semo Roja, Yannick Dehm, Derek Köhn und Ekin Celebi. Es ist eine Position, wo man rein von der individuellen Qualität sicherlich zwei richtig gute Leute hat mit Semo Roja und Derek Köhn. Roja hat ja seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Ich persönlich hätte vor ein paar Monaten noch gedacht, dass er vielleicht weiterziehen wird. Deswegen hat man damit schon mal eine Konstante auf der rechten Seite. Yannick Dehm ist sein Backup, der auf der linken Seite spielen kann, kennt die zweite Liga auch durch seine Zeit bei Holstein Kiel. Allerdings läuft sein Vertrag aus und hier könnte ich mir schon auch einen Abschied vorstellen, weil ich nicht sehe, dass er sich gegen Mo Roja durchsetzen wird. Linke Abwehrseite haben wir Derek Köhn und Ekin Celebi, die beide im letzten Sommer gekommen sind. Celebi ohnehin eher als Backup. Junges Talent vom Vorhof bis Stuttgart wird, glaube ich, diese Rolle auch in der kommenden Spielzeit innehaben. Derek Köhn natürlich auch als Stammspieler. Hat, wie ich finde, eine richtig tolle Hinrunde gespielt. Ist aber auch so ein bisschen, könnte man sagen, das Sinnbild von Hannover Saison. Er ist top und dann durchaus auch irgendwie flop. Also ich fand schon, dass er in den letzten Wochen vor allem auch defensiv seine Probleme hatte. Trotzdem hört man, dass er gerne den nächsten Schritt machen möchte. Es gibt wohl auch Interesse aus der Bundesliga, unter anderem Stuttgart oder auch Leverkusen. Wie auch Gladbach wurden dort mal genannt. Und deswegen planen wir auch damit, dass Derek Köhn Hannover nach einem Jahr schon wieder verlässt. Und für mich der zweite Abgang an hier auf der Position mit Yannick Dehm. Denn wie gesagt, sein Vertrag läuft aus. Ich glaube, er möchte woanders Stammspieler werden. Plus Hannover hätte die Chance, sich hier nochmal anders, vielleicht auch potenziell besser aufzustellen. Damit haben wir dann weiterhin Moroia als Stammspieler für die rechte Seite. Es bräuchte einen neuen Backup und natürlich auch logischerweise einen Ersatz für Derek Köhn. Hier bräuchten wir damit auch einen potenziellen Stammspieler. Celebi wäre meiner Meinung nach dann weiterhin der Backup. In der Innenverteidigung könnte auch ein bisschen was passieren. Zumindest ist es eine Position, wo man, wie ich finde, über jeden Spieler irgendwie diskutieren kann. Ich finde, der beste Abwehrspieler ist Phil Neumann. Neuzugang von Holstein Kiel. Der, finde ich, auch schon durchaus die Qualität hätte, zu einem stärkeren Verein zu wechseln. Der vielleicht das klare Ziel hat, aufzusteigen. Oder vielleicht sogar schon im unteren Drittel der Bundesliga spielt. Könnte ich mir zumindest grundsätzlich vorstellen. Bei ihm sehe ich aber auch die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt. Luca Kreins ist ein Fragezeichen meiner Meinung nach. Sein Vertrag läuft nur noch ein weiteres Jahr. Es gäbe somit jetzt im Sommer die letzte Möglichkeit, mit ihm Geld zu machen. Auf der anderen Seite waren seine Leistungen zumindest auch in den vergangenen Wochen gar nicht mal so verkehrt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man ihn verkaufen wird. Aber für mich ist auch ein Verbleib genauso gut vorstellbar. Julian Börners Vertrag läuft ja am Ende der Saison aus. Es gibt aber ja eine Vertragsklausel, wodurch diese automatisch verlängert wird. Mal gucken, ob es dazu kommt. Ich persönlich würde hier aber eher eine Trennung anstreben. Als Typ, als Führungsspieler, nicht verkehrt von seiner Art und Weise, Thema Tempodefizit, generell Alter und vielleicht auch spielerische Fähigkeit, glaube ich, würden andere Spielertypen in die Systematik von Leitl einfach deutlich besser passen. Und dann haben wir noch Bright, Orion B. Wenn er fit war, und das hat ja ein paar Wochen gedauert nach seiner Ankunft, war er gesetzt in der Innenverteidigung. Auch er hatte dann durchaus seine Probleme, als sich Hannover generell in dieses Formtief entwickelt hat. Aber trotzdem hat man eine Kaufoption, die, wenn man an den Spieler glaubt, durchaus günstig ist. Und deswegen würde ich auch diese am Ende ziehen. Somit könnten wir hier einen Abgang haben. Es könnten zwei Spieler gehen, vielleicht sogar drei. Aber ich glaube irgendwie, wenn überhaupt, nur daran, dass man sich von Julian Börner trennen wird. Luca Kreins, meiner Meinung nach Wackelkandidat. Ich würde ihn eher halten. Und somit haben wir dann potenziell Phil Neumann, Luca Kreins, Bright Orion B. Plus noch einen weiteren Neuzugang. Neuzugang, Yannick Lürs aus der eigenen Jugend wäre sicherlich auch dann in der kommenden Saison bereit, den Sprung in die zweite Bundesliga zu wagen. Zentrales Mittelfeld. Und wir sehen schon, das ist eine Position, die wirklich sehr, sehr breit aufgestellt ist. Mit Sechsern, Achtern und Zehnern. Gehen wir mal kurz jeden Einzelnen durch, damit ihr auch wisst, über wen wir hier genau reden. Wir haben von links nach rechts Fabian Kunze, Gail Ondua, Tim Walbrecht, Eric Uhlmann, Max Besuschkow, Enzo Leopold, Antonio Furti, Louis Schaub, Sebastian Kerk und Sebastian Ernst. Das sind die zehn Spieler, die wir hier zu analysieren haben. Und ich finde, allein schon deswegen, weil ich zehn Spieler sage, könnte man schon erahnen, dass es auf jeden Fall ein bisschen zu breit aufgestellt ist. Klar, wir haben natürlich jetzt schon mal zwei klare Kandidaten, die gefühlt keine Rolle spielen. Mit Gail Ondua aussortiert und Tim Walbrecht, der wenn überhaupt nur in der zweiten Mannschaft spielt. Dann hätten wir noch acht. Problem hier, zu der Zeit hat man dann eher wieder mit drei zentralen Mittelfeldspielern gespielt. Zu Beginn hat ja Leitl eigentlich mit seinem typischen System 4-3-1-2 geplant. Da hätte man eben dann für diese acht Spieler Platz gehabt, wenn man eben vier davon immer eingesetzt hat. Das hat die letzten Wochen ein bisschen nachgelassen und eigentlich schon die letzten Monate, weil man ja auch über weite Strecken in der Hinrunde mit Dreierkette gespielt hat und damit eben auch nur mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Und somit muss man hier dann schon noch genau schauen, welche Rolle können diese Spieler in der nächsten Saison spielen. Gail Ondua und Tim Walbrecht hatte ich schon angerissen. Das sind für mich auch klare Abgänge, weil zum einen ihre Verträge auslaufen und sie auch andererseits im Profiteam keine große Rolle spielen oder wie Ondua gar keine Rolle mehr spielt. Ansonsten haben wir dann Erik Ullmann, der sicherlich auch langsamer herangeführt werden soll. Spielt aktuell eher in der zweiten Mannschaft. Ist okay, ich glaube der könnte mit seinen 20 Jahren nächste Saison den nächsten Schritt machen. Fabian Kunze als Sechser, auch wenn er zuletzt weniger gespielt hat, immer noch wichtig. Max Bezuschkow, zu Höserbeginn als klarer Stammspieler gekommen von Regensburg. Für mich ein super Transfer gewesen, Standplatz zwischendurch verloren. Die letzten Wochen wurde er wieder wichtig. Enzo Leopold, vielleicht sogar etwas andersrum als Talent von Freiburg gekommen, sollte langsam angeführt werden, hatte viele Spielanteile. Letzten Wochen auch wieder so einen Ticken weniger. Antonio Voti ist gerade mal 19 Jahre jung, für zwei Jahre von Frankfurt ausgeliehen. Ist damit auch schon ein eher langfristiges Projekt, was dann vielleicht in der nächsten Saison in mehr Spielzeit mündet. Und dann haben wir noch die drei Zehner. Die drei Kreativspieler, von denen man sich meiner Meinung nach von allen etwas mehr versprechen konnte, musste, sollte. Bestes Beispiel, Louis Schaub. Letzten Sommer vom 1. FC Köln gekommen. Ablösefrei, auch das auf dem Papier. Ein super Transfer, vor allem eben auch für das Spielsystem von Stefan Leitl. Fand ich ihn eigentlich als Halbraumzehner, Halbraumachter auf der rechten Seite, vor allem auch als Linksfuß. Unglaublich passend. Vertrag bis 2025 unterschrieben. Marktwert von einer Million. Auch schon Erfahrung in Liga 2 durch Hamburg und Köln. Aber auch nie so richtig angekommen. Die letzten Wochen hat er mal wieder ein paar Chancen bekommen. Aber ich finde, vom Spielertypen wie Louis Schaub muss da einfach viel, viel mehr kommen. Von Sebastian Kerk kam in der vergangenen Saison ja deutlich mehr. Diese Saison seinen Stammplatz eingebüßt. Vertrag läuft aus. Sehe ich auf jeden Fall ganz klar bei einem Abgang. Sebastian Ernst kennt ja den Leitl-Fußball schon aus früheren Fürther-Zeiten. Hatte generell ja seit seiner Ankunft durchaus Verletzungsprobleme letzten Wochen zumindest wieder vermehrt gespielt. Also, wir müssen auf dieser Position ein bisschen einsortieren. Zwischen Spielern mit Potenzial, die nächste Saison deutlich mehr angreifen könnten. Mit Spielern, die bislang okay gespielt haben, weil natürlich sich auch noch steigern müssen. Und mit klaren Abgangskandidaten. Und genau das sind für mich Gail Ondua, Tim Walbrecht, Louis Schaub und Sebastian Kerk. Während ich mir bei Kerk und Ondua sicher bin, würde ich auch Walbrecht abgeben. Und auch wenn ich ein Mega-Fan bin von Louis Schaub als Spielertypen, würde ich auch das Kapitel nach einem Jahr wieder beenden. Und somit hätten wir dann Fabian Kunze und Ullmann für die 6er-Position, Besuschkopf, Leopold und Voti für die 8. Position plus Ernst als 10er, wenn man so will. Ich würde dann auf jeden Fall noch einen weiteren Kreativspieler hinzuholen. Plus ein 6er-8er, der etwas defensiv orientierter ist, um dann hier ein bisschen mehr Platz im Kader zu haben. 8 Mann, wenn immer noch viel. Je nach System, aber auch durchaus nicht komplett unpassend. Um eben auch dort dann wirklich gute und verschiedene Optionen zu haben. Und dadurch, dass man eben im Zentrum so viele Spieler hat, hat man sich in der Kaderplanung auch ganz bewusst dafür entschieden, auf dem Flügel ein bisschen weniger zu haben. Weil Stefan Leitl eigentlich kein Trainer ist, der auf komplett typische Flügelspieler baut. Auch da die letzten Wochen, bedingt durch die Ergebniskrise, ein paar Mal das 4-2-3-1-System gesehen, wo man dann eben dann doch schon eher auf zwei klassische Flügelspieler gesetzt hat. Im Kader hat man davon Sebastian Stolze und Eigengewächs Monja Mumulu. Das sind zwei Typen, die über außen durchaus funktionieren und natürlich auch ganz verschiedene Spieler sind. Ja, mit Sebastian Stolze, einem durchaus erfahrenen Zweitligaspieler, der auch vor seinem Wechsel bei Hannover ja schon gezeigt hat, wie gut er in Liga 2 funktioniert. In Hannover hat das bislang allerdings noch nicht funktioniert. Unter Leitl auch so gar keine Rolle gespielt. Vertrag läuft noch ein Jahr. Hier würde ich eine Trennung anstreben. Mumulu ist halt erst relativ frisch bei den Profis dabei. 21 Jahre jung, ein unbekümmerter Spieler, der sich ein bisschen was traut über die rechte Seite. Interessantes Talent würde ich auf jeden Fall weiter ranführen. Sprich, Abgang wäre hier Sebastian Stolze, Verbleib von Monja Mumulu. Und dann ist halt die große Frage, mit welchem System planst du? Ich würde dann schon einen klassischen Flügelspieler hinzuholen, der übers Tempo kommt, über Dribbling, eins gegen eins, Flanken, der dir schon nochmal ein anderes Element geben kann. Und dann möglicherweise noch einen weiteren Flügelspieler holen, der aber dann auch Don John relativ flexibel einnetzbar ist. Entweder als hängende Spitze, als Zehner oder vielleicht als Schienenspieler, um einfach dort flexibel genug aufgestellt zu sein. Flexibel ist man auch durchaus im Angriff. Denn dort hat man Harbert Nielsen als eher hängende Spitze, erfahrene Säule, Kreativspieler. Maximilian Bayer als schneller Stürmer, der auch durchaus über die Flügel kommt. Cedric Teuchert als Stürmer, der wahrscheinlich das größte Gesamtpaket hat, weil er auch gute Technik, gute Beweglichkeit und guten Abschluss vereint. Hendrik Weidand als erfahrener typischer Neuner. Und Niccolo Tresoldi als Sturmtalent, welches auch einiges schon mitbringt. Und damit auch das eine Position, wo man aufgrund der Flexibilität, wie ich finde, sehr gut aufgestellt ist, aber auch dort vielleicht ein, zwei Leute abgeben sollte, um sie einfach nochmal in der Qualität besser aufzustellen. Harbert Nielsen, weil er eben auch mit Leitl von Fürth gekommen ist, würde ich auf jeden Fall in der kommenden Saison mit einplanen. Die Laie von Maximilian Bayer endet. Diese Spielzeit nicht ganz so stark wie in der letzten. Ich glaube, sein Weg wird zu einem anderen Verein führen. Cedric Teuchert, noch ein Jahr Vertrag, würde ich verlängern. Ich finde ihn gut. Ich finde, er passt gut auch ins Spielsystem von Stefan Leitl. Hendrik Weidand, die letzten Wochen noch wieder vermehrt vom Beginn an gespielt. Generell unter Leitl als Stoker nicht ganz unwichtig. Das wäre für mich aber dann wiederum eine Position, wo ich sagen würde, weil sein Vertrag ausläuft, würde ich ihn abgeben und mir dafür einen wirklich klassischen Neuner hinzuholen, der auch einfach schon gezeigt hat, in der zweiten Bundesliga einige Tore erzielen zu können. Und dahinter kannst du eben auch dann Nicolo Tresoldi in Ruhe entwickeln. Abgängende, somit Bayer und Weidand, potenziell Nielsen, Teuchert, Tresoldi, plus eben wie angerissen ein, vielleicht auch ein Ticken erfahrener Neuner, der einfach für Tore steht. Bei den verliehenen Spielern lohnt es natürlich auch nochmal ein Blick darauf, wem wir dort so haben und das sind zum einen Simon Steele sowie Lawrence Enali. Simon Steele ist ja aktuell zur Viktoria nach Köln verliehen, spielt dort eine gute Saison, kommt auf gute Scorer-Werte, auch wenn er oftmals eher als Joker reinkommt. Für mich eine sehr, sehr gute Kader-Alternative bei Viktoria Köln, könnte ich mir eine Fässerflüchtung vorstellen. In Hannover sehe ich ihn persönlich nicht. Lawrence Enali ist ja nach Rot-Weiß-Essen gewechselt, dort ist ja Ex-Hannover-Trainer Dabrowski der Coach. Allein deswegen hat das möglicherweise durchaus Sinn gemacht. Aber er spielt halt jetzt auch keine so mega große Rolle. Deswegen für mich weder in Essen noch in Hannover eine Zukunft. Generell gilt für unsere Kaderplanung, für den Kader der kommenden Saison, wird, glaube ich, kein Leihspieler eine wirkliche Rolle spielen. Und hier war dann nochmal die Transferplanung in der Übersicht. Im Tor würde ich alles so lassen, wie es ist. In der Abwehr bräuchte es vielleicht einen neuen Backup für Moroja. Man könnte auch mit dem weiterarbeiten. Auf der linken Seite könnte es sein, dass Derek Köln geht. Dann braucht es auf jeden Fall einen neuen Stammspieler. In der IV ist man an sich gut aufgestellt. Orion B sollte fesserpflichtet werden, plus dann, wenn Burner geht, ein weiterer hinzugeholt werden. Im zentralen Mittelfeld gibt es schon reichlich Möglichkeiten, da ein bisschen ausdünnen, um dann eben auch gezielt ein 6er, 8er plus ein Kreativspieler hinzuzuholen. Flügel ist halt dann so ein bisschen die Frage, was brauchst du, mit welchem System spielst du. Ein bis zwei Leute, die flexibel einnetzbar sind, könnten aber dort nicht schaden. Genauso wie ein neuer Stürmer, der wirklich nochmal mehr Tore verspricht, als zum Beispiel aktuell auch ein Hendrik Weidand. Und dann haben wir hier nochmal den Blick auf die Startelf. Aktuell auf der linken Seite versus potenziell auf der rechten Seite. Und das ist durchaus ganz interessant. Links habe ich jetzt mal das 4-2-3-1-Theme verwendet. Hat man ja meistens gespielt in den letzten Wochen noch ungefähr mit den Spielern. Interessant wird es aber dann auf der rechten Seite und zwar potenziell. Und ich finde, Hannovers Kader ist auf jeden Fall besser aufgestellt, meiner Meinung nach, für eine 4er-Kette. Mit der würde ich auch ganz klar dann im Sommer planen, weil man drei, vier gute Innenverteidiger hat und nicht fünf oder sechs. Plus einfach im zentralen Mittelfeld eine richtig gute Qualität hat. Hier würde ich aber dann eher wieder auf das 4-3-1-2-System bauen oder das 4-4-2. Ist relativ ähnlich von den Spielertypen, die man dann hier einsetzen könnte. Wir hätten Sieler im Tor. Gute Viererkette mit Moroja, Neumann, Ryan B. und eben dann einem Neuzugang. Ich finde, Dere Köhn passt auch in eine solche Systematik super gut rein. Also da bräuchte man einen ähnlichen Spielertypen, der vielleicht nochmal einen Ticken defensiv stärker ist. Doppel-6 würde ich dann erstmal belassen bei Besuchkov und Ernst, auch in Kunze. Ist dort eine gute Alternative, wenn man dann eher wieder auf diese 3er-Achse geht. Harvard Nielsen hinter einer Doppelspitze. Und dann könnte man eben in diesem System auf der rechten Seite sich nochmal einen klaren Qualitätsspieler hinzuholen. Vorne Seredek Teuchert, den ich in der Doppelspitze echt stark finde. Und dann daneben nochmal einen eher klassischen Neuner holen, wodurch man ein bisschen was an der Statik ändern würde. Was ich aber glaube, der Mannschaft generell gut tun würde. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss. Wie gesagt, ich habe das Video jetzt vor dem Sandhausenspiel aufgenommen. Es könnte natürlich sein, dass Hannover das Ding gegen Sandhausen komplett in den Sand setzt und vielleicht auf einmal alles zusammenbricht. Vielleicht auch sogar beim Trainer. Kann ich nicht einschätzen. Ich glaube allerdings persönlich daran, dass man die Saison relativ souverän zu Ende bringen wird. Als Tabellenzehnter, Tabellenneunter ungefähr dort in dem Gebiet und dann zur neuen Saison angreifen wird. Und Potenzial ist in dem Kader auf jeden Fall vorhanden. Und jetzt könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Kader planen würdet. Wen würdet ihr abgeben, wen behalten und schreibt auch mal gerne weitere Teams in die Kommentare für dieses Format. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.